Aaaaaah Kripex wir müssen in News auf Dingsen Neuer Nachrichten So markieren bitte schon Nachrichten Kripex Nachrichten Schnell Nachricht von heute Mario überfordert Kripex und Erik auch So markieren bitte Mario kriegt irgendwie einen Stern obwohl er nichts getan hat Fast nichts Fahren sie zu markieren Warum hast du überhaupt so'n Van, Alter? Weil ich damit, naja, alte Männer umkriege, weißt du doch Oh geil Dirk Entdeckung Hallo Mr. Polizei und nochmal Mr. Polizei Schnell, die Nachrichten Du hältst die Kamera Geh doch weg, hopp Wir müssen Nachrichten aufnehmen Warte, ich halte die Kamera Sehr gut, was? Wir sprechen sie zur Hand Da hinten steht der Dritte Wir sollten vielleicht erst noch Läster irgendwann anrufen Hey, wo seid ihr? Ah, wir haben ja Limo, das ist auch okay Geil, ich ruf mal kurz Läster an, bleibt drin, Kripex Ich hoffe, ich hab die Abklingzeit schon abgesessen Freifach geradeaus weiter, wir verlieren sie doch gerade Stimmt, merke ich auch gerade Sekunde Los Leute, einsteig Warte doch, äh, die 2 Sterne, bis zu wechseln Hey, Limo-Fahrt Irgendwas meinte falsch Irgendwas meinte falsch Oh, die Bolle steigen Okay Die Bolle kommen Dann kriegt ihr alle 2 Sterne Äh, wieso? Okay, ich sitze einfach plötzlich drin Oh, fuck eh, ja Äh, wo ist der Alkohol? Kann ich mal was ausprobieren Deine Waschbärenmaske ist kleiner geworden? Ja, wenn ich klein aufsteige, wird sie immer größer oder halt kleiner Viel kleiner geworden, winzige Waschbärmaske Der ist Ich hab einfach nur ein zitternden Finger in der Hand Hast du irgendwie Zucken oder so? Ich find den, ich find den Bus fast lustiger Ja, 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 Kripex, ja Das kann ich auch Oh, shit Hör mal das Fenster einschlagen ohne Grund Ne, Maru, ich mach' Bild von dir, guck mal Was machst du? Hast du gemacht? Oh, geil, hallo Der Kameramann Ja, er hat's richtig gemacht Yeah, wie ist das Bild? Ich hab' auch für ein Bild zu machen Ich will Bilder von mir, was zu machen Die Waschbärmaske geht echt strange aus, wenn die so klein geworden ist So lange, bis er genug hat Oh, ist das Dach aufgegangen Chillig Kann man da rausstehen? Warte, ich probier's Rausstehen Das machen die doch immer in den Film Wieso geht das nicht? Nein, nein, ich darf mal kurz stehen Wieso haben wir schon wieder zwei Sterne? Ich kann nicht drausstehen Ich kann nicht drausstehen Egal, was ich tu Es geht nicht Ich kann nur headbang Yeah, yeah, limo, 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 limo Limo, limo, action Doch, lass mal einen anderen Spinnern Was, was mit Spinnern? Nein, nein, fahren mit anderen Spielern Halt mit der Musine sitzen, alles kaputt Fahren mit anderen Spinnern, hab ich verstanden So in etwa Ja, ist ja glücklich Genau Oh, geil Wir werden sogar von Hubschraubern verfolgt Oh, wie ist der Hubschrauber blöd Fliegt erst mein Werbeschild rein Ey, wir kriegen sie Oh, guten Tag Neue Folge ist, hier passt keiner mehr rein Tut mir leid, fahren Sie weiter, tschüss Die Kohle aussieht mit seiner Sonnenbrille Wer? Der Polizist, der auf mich schießt Das ist die richtige Einstellung Guck mal, der, der auf mich schießt, sieht echt cool aus Wieso haben wir so wenig Fenster? Wir haben noch eins da drüben Ich fände mir da Ich fände mir da Haftbombe aus dem Fenster Und die schreit mir, oh mein fucking Gott Oh, wow Die Limo war gar noch ein bisschen weniger Dürr Ja, f*** Meine Fresse Ich glaube, wir reeren jetzt für drei Das Kriegsgebiet Zwei verdammte Feuerwerke, eine mega, mega heftige Helikopter Alter Alles brennt Alles explodiert Alles wird überfahren Out Nein, nicht Und alles lag, wie es scheint Alter Ach Ja!